Hallo, du suchst nach einem passenden Studium, ich hätte da was für dich. Responsible Consumption Production, ein Studium an unserer Hochschule in Mittweida. Was lernst du dabei? Die Frage ist, wie muss die Industrie zukünftig arbeiten, damit wir Ressourcen und Energie sparen? Und das lernst du genau zum Beispiel im Bereich Automation, in der Arbeit mit Robotern oder Artificial Intelligence. Was ist nur das Besondere gerade hier in Mittweida? Wir haben ein Auslandssemester, in dem du zu unseren Partneruniversitäten gehst und dort lernst, mit internationalen Teams zu arbeiten und internationale Projekte zu kooperieren. Und genau das macht dich attraktiv als spätere Führungskraft in der Industrie wie auch bei anderen Partnern. Also, ich würde mich freuen, wenn du hier studierst, Responsible Consumption Production an der Hochschule Mittweida und würde mich freuen, wenn wir uns im Hörsaal sehen. Bis dann!